Oh, was für wunderschöne Fische. Kreis, ich hab neue wunderschöne Fische. Kreis? Jo Kreis, wo bist du? Was machst du denn da? Oh, wie wunderschön dein Helm aussieht. Er ist so weich. Elegant. Moment, hast du Kröten geleckt? Bist du einer, der Kröten leckt? Können wir die Kröten behalten oder musst du unbedingt andere hier reintun? Nein, die sind nicht zum Lecken da. Aber können wir auch Level-3-Kröten besorgen? Die hauen noch mehr rein, die ballern dann mehr, denkst du? Ich verdure sie mit A-Meißen und B-Meißen. Du bist ja echt voll am Abtreppen, ne? Boah, was für wunderschöne Fische hier drüben. Ey, ich hab die ultimative Zucht. Die Fischzucht hier? Warte, spring rein? Aber du musst auch gickern dabei. Hallo ihr Fisch. Ich beherrsche eure Sprache. Das, ja, mein Vater war 6'8 und Delfin in, äh, Cherokee-Delfin. Ich hab Delfine in meinem Stammbaum. Ach ja, Stammbaum. Schlammfrauen. Hab ich auch im, im alten Butterkasten. Mein Uronkel Jeremiah-Kreis hat Delfine geschändet. Warum haben wir 96 Teratoken? Das waren die Plankton-Dinger, die ich da verkauft hab. Okay, jetzt, äh, komm mal hier hinter den Raketendings. Wo bist du? Hm, was, wo? Hinter dem was? Hinter die Raketenbasis. Hinter den Raketendingern. Da kommen jetzt 1000 Handelsraketen. Da geht die große Handelsproduktion ab, oder was? Ach, du wolltest unsere Energieversorgung runterschrubben. Alter! Was hast du gut gemacht? Was denkst du, was das Ding frisst? Das hab ich vorher nicht... Ach, gar nix. Reiß es ab. Na, warum? Äh, solange du... Wir müssen erstmal gucken, ob wir so viel Strom machen können. Ja, können wir. Ja, sagst du, haben wir noch Pulsarios? Nö. Ist leer. Alle. Ende. Fertig. Wie? Wofür hast du das gebraucht? Äh, für was hab ich das gebraucht? Ich hab noch ein bisschen... Zwei Pulsare brauchen wir noch. Die werden auch noch irgendwo rumste... drinstecken. Ah, kann dünn werden. Was brauch ich da für... ...Obertschiene? Ja. 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 Dann crafte ich noch ein bisschen Pulsare, wa? Und da hinten war nichts abgestürzt in der Wüste? Ich guck halt nochmal rein, aber ich hab nichts gesehen. Im Jungle? Ja, Alter, ich weiß ja nicht, wo hier das Ding gelandet ist. Du, streif halt einfach den Jungle. Ach, das braucht Algen. Ist hier aber gar nichts, wo ist das Planet? Warum hasst er uns so? Er versucht uns loszuwerden, falls du nicht realisiert hast. Er hasst uns. Du musst hier oben eigentlich einen Autocrafter machen für Dünger. Und? Düngerstufe 1 Produktion. Na, hohe. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal ein Schwefelschrank, ist da. Ich weiß nicht, ob der sich füllt, der Schwefelschrank, mittlerweile. Liegt einfach so ein Uran in der Gegend rum, ne? Oben, ja. Das war, weil ich einen Uranstab zerteilt hatte. Mhm. Ich brauchte Uran für... Für die Dings brauchst du Uran und wir hatten nur Stäbe. Nö, der Schwefelschrank ist fast voll. Der, auch der Spezial-Super-Schwefelschrank? Ja. Der ist schon fast voll. Krass. Ja, weil, äh, jetzt... Weil da ist dann Schwefel und Methan, hab ich da oben hingemacht. Und mit den Bakterienproben könnte man da theoretisch schon Mutagenen Stufe 1 dann mitmachen, ne? Mit nem Autocrafter, glaub ich. Ja. Aber wir brauchen auch einen Dünsch. Du musst auch einen Dünsch-Stufe 1 machen. Ja, dann musst du Schwefel und, äh, hier... Penis-Emoji. Ja. Keine Ahnung, wie das denn echt heißt. So ein unbrauchbares Lebensmittel. Ne obergeile Gine oder so. Ne obergeile Gine. Ich hab jetzt Aubergine gepflanzt. Gucken, ob da diesen Sommer was kommt. Wenn nur das ist... Was ist das? So, warte. Dann was will der haben? Und da gehen, Stufe 2. Haben wir Mutagenen Stufe 2? Ja. Ja, die wollen auch alle andere Mutagenen haben, ne? Ja, die wollen Mama-Gene, Papa-Gene. Da hätte ich mich auch hin teleportieren können, nicht? Honkodonko. Die Gene. Sie wollen alle deine Gene. Hä? Konnte man nicht durch diese Höhle irgendwie durch? In eine andere Höhle? Und dann in das Loch der Freiheit dippen irgendwie? Schlonkodonko 2, meinst du? Loch der Freiheit Teil 5. Mütter werden gepflügt. Tai frei. Tai frei. Zeit 9-3. Ich hab meine Sucht überwunden. Was sind wohl die Kunie-Eier irgendwann gut? Das ist ja so ein Ei, was du ja auch die ganze Zeit findest. So einen schönen, leckeren Kunie. Schönen, leckeren Kunie. Lachs. Alter, die haben ja echt alles abgefarmt, ne? Ey, wir brauchen mehr Leiterplatten. Paletten. Äh, ja, da müssen wir entweder produzieren oder in die Schiffe rein, ne? Ne, ne, auf lange Sicht müssen wir die Dinger produzieren. Dafür brauchst du halt auch wieder voll den Stuff, ne? Also auch hier so Bio-Kunststoff-Klumpen und so ein Gedöns. Das muss alles irgendwie automatisch produziert werden. Das ist wichtig. Ja, aber es ist halt schwierig, ne? Ja, es darf halt einfach nicht schwierig sein. Du musst dann für jedes Ding, weil dann brauchen wir wieder Leiterplatten, weil dann musst du mit den Leiterplatten wieder neue Schränke bauen, dann die Schränke auf Bedarf einstellen und dann irgendwo eine Abgabe errichten. Ja, aber das ist eben der Sinn des Spiels, ne? Ja, ja, klar. Ja, und auf jeden Fall erstmal jede Menge Dünger. Und wenn du siehst, wie lange das jetzt schon gedauert hat, immer nur diese kleinen Schränke da zu bauen und so und dann überall hinzudüsen, Abgaben zu machen, das sind alles auch, ne? Oh, Nahrung niedrig. Wir wollen ja auch noch anderes Zeugs. Ja, aber das juckt keinen. Leute sagen, jetzt scheißt man da oben alles mit Dünger voll. Macht euren Darm leer und füllt eure Dünchanlagen. Wir gehen gerade richtig auf Fisch, ne? Wir puttern jetzt richtig gleich hier die Biomasse raus. Ja. Weil Bio ist für mich halt auch irgendwie Abfall, ne? Brauchen wir nicht. Schmeiß mal weg. Oh, das kommt hier ordentlich. Wunderschöne Fischmengen. Jetzt gehe ich voll auf die, ähm, transorbitale, äh, Massenbefroschung gehe ich jetzt als nächstes. Dafür brauche ich halt auch wieder jede Menge Zeug. Ich werde jetzt erstmal die, erstmal die Frösche genetisch manipulieren, damit die einfach krasser werden. Ich bin einfach nicht krass genug, diese Frösche. Nur krass mit Hass ist mein Motto. Ups, das wollte ich gar nicht. Mann! So, und jetzt nochmal hier schön. Warum fliege ich eigentlich weiter? Ich wollte noch zu Hause Quarze abliefern. Freue ich nicht. Weil du verwirrt bist. Ja, manchmal bin ich echt ein bisschen verwirrt, aber so ist es. Manchmal? Finde ich irgendwie süß. Wenn du denkst, dass du nur manchmal verwirrt bist. Du musst sagen, manchmal kann ich auch echt einen klaren Gedanken fassen. Nee, das kannst du irgendwie nicht schön Kante an Kante bauen. Das Bausystem ist halt nicht so clean. Nee, ja, schwierig. Also du kannst irgendwie rastern, ne? Wenn du Steuerung drückst und dein Mausrad drehst, dann hast du irgendwie einen Grundraster oder so. Ja, ich glaube schon. Haben wir Mutagenstufe 4 unten rumliegen? Boah, weiß ich nicht. So was habe ich auch noch nie gesehen. Was ist das denn? Können wir sowas überhaupt schon? Mutagenstufe 4? Ja, können wir. Brauchst du Mutagen und Mutagenstufe 3? Mutagen. Brauche ich noch ein Mutagenstufe 4. Da brauche ich aber erst wieder 1-3. Das ist Bakterien, Schwefel und ein bisschen von dem guten alten Sticky-Stoffi. Gute alte Sticky-Stoffi. Gute alte Joker. Jetzt hier gleich so krasse Turbofrösche. Alter! Ne Fisch-Vitrine. Oh, können wir da so einen singenden Fisch machen? Das wäre natürlich geil, wenn sowas gänge. Ja, muss er gehen haben. Dann weißt du, jetzt ist Weltall home. Frösche brauchen endlich mal keinen Dünger. Alles will irgendwie noch eine Prise Dünger. Was will der Fisch denn mit dem Dünger, frage ich mich. Drückst du mir noch irgendwie so ein bisschen Dünger in die Kiemen, dem armen Tier. So, hier entstehen jetzt die ersten Superfrösche. Was ist das jetzt hier wieder für einen Terrorsturm, den du ausgelöst hast? Ich habe gar nichts gemacht. Ich suche gerade eine Höhle hier. War hier nicht mal eine? Ja, aber du greifst doch wieder ins Ökosystem ein. Hier war doch wieder so eine... Was nimmt das hier? Da wird auch wieder im Ökosystem rumgefummelt. Mal Stufe 2 Mutter gehen. Das nehme ich mit Bakterienproben. Brauchen wir nicht. Dünger könnte ich mal mitnehmen noch, ne? Immer mitnehmen. Stufe 2 Mutter gehen. Mal schon auf Mutter gehen. Aber ansonsten ist hier nix, ne? Ich dachte, in meinen Gedanken hatte ich mir hier mal eine... Eine Höhle datiert. Mit Pulsaren, aber... Mit wilden Pulsaren. Ich kann mich natürlich irren, aber ich suche trotzdem. Auch wenn dann wieder alle heulen. Aus irgendeinem Grund habe ich einen überlegenen, genetischen Laich rausgelachst. Überlegen, genetisch? Ja, hast du mal in diesen Splicer geguckt? Da sind ja auch schon Sachen drin. Ja, da habe ich ein bisschen rumgefummelt, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Jetzt habe ich erstmal die blau gepunktete Azoren-Größe hier reingesetzt. Hier ist kein Hülleneingang oder so, den man jetzt nicht mehr... Ne. Der soll mal angeblich sehen... Wir haben schon wieder keinen Strom. Ja, ich bin gerade dabei, Pulsare zu suchen. Wie blöd. Und weißt du, er baut da einfach weiter. Oh ja, so ein kleines bisschen bauen, dachte ich würde noch gehen. Es sind ja nur so ein paar Pfützen, wo Frösche drin rumsuhlen. Wer kann denn damit rechnen, dass es Strom kostet? Ja, aber die Fischdinger... Was kostet so ein Generator? Jede Menge Pulsar, Alter. Den suche ich gerade wie bekloppt seit einer halben Stunde, aber... Wir haben alle Pulsar-Quarze... Ja, wir müssen sie produzieren. In Massen. Ja, aber ich dachte jetzt, für ein schnelles Kraftwerk... Wollte ich halt mal gucken, ob ich irgendwo schneller... Ich habe ja noch Reste. Ich habe ja noch ein paar Pulsarius-Reste gefunden. Gefunden? Wahrscheinlich die, die ich vorhin in den Schrank getan habe. Ne, es ist ja genügend für ein Kraftwerk. Du hast ja gleich ein Kraftwerk bauen können. Ich will aber zwei Kraftwerke bauen, damit wir einen Teleporter bauen können. Ja, da müssen wir halt auf Atom nochmal setzen. Was ist da denn Atom her? Ich habe ein Dings gefunden. Für zwei reicht es nicht. Ich habe ein Pulsar noch und es braucht vier. Eins, zwei, drei... Ne, fünf sogar. Fünf. Ja, sag ich ja. Könnte ich denn noch Pulsar rumliegen haben? Vielleicht bei einer alten Bays mal reingucken. Das ist eins. Ich glaube, in der Osmanenschlucht habe ich halt auch schon alles. Ja? Ja, was kostet es denn zum Herstellen? Ist das so teuer? Ja, schon. Also, da geht doch. Iridium, Osmium, Uran, Methan und Cialotenkram haben wir doch alles da. Da kannst du doch locker mal zehn Stück machen. Ja, hatte ich ja auch schon gemacht. Aber daraus musste ich ja zwei fette Batterien bauen noch. Die waren ja auch teuer. Die haben auch sechs Stück gekostet oder so. Ist halt viel hin und her immer. Ja, das ist viel hin und her. Bis man es halt irgendwann automatisiert hat. Gehe ich mal hier gucken, ob ich da noch was habe. Zotti und Cicilloten. Ich kann schon mal Osmanenspritz wiederholen. So, fülle ich mal unseren Osmaniumschrank auf. Was ist da craften, die Dinger? Ja, ich überlege gerade, wie das am besten funktioniert. Haben wir den jetzt genug für ein Dings? Hast du jetzt ein frisches noch gebaut mit dem, was oben drin war? Ja, ich habe ein frisches gebaut. Aber ich weiß nicht, ob das für ein Tee... Was kostet der denn? Moment. Der kostet zu viel. Der kostet total viel. 1.890. Was gibt es so eins? Ich glaube, das sind drei Kraftwerke. Hochgerechnet. Ja, zwei Stück. Zwei Kraftwerke brauchst du für das Ding. Oder vier Atomkraftwerke. Würde auch gehen. Ja, ich schaue jetzt gerade. Aber Atomkraftwerke können wir auch nicht bauen, weil... Hier ist nirgends wo mehr Wasser in den... In den... In den Sammlern. In den Sammlern. In den Sammlern. In den Sammlern. Dann haben wir unten noch den Wasserschrank. Ist oben nicht Wasser? Eigentlich schon. Komm mal hier rüber, wie die Frösche hier aussehen. Da wird ja ein Bakzillo gemacht. Warte. Alter, geil. Das ist ein richtiger Tripper. Das ist ein richtiger Tripper. Die werde ich alle schlecken. So, warte. Jetzt hole ich mir mal eben hier... Weißt du das? Alter, der Synthesizer. Boah, jetzt können wir irgendwie Kram machen. Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht's, glaube ich, los. Halt das schon mal. Dann brauche ich hier... Boah, da brauchst du aber auch wieder super viel Zeug. Blasius, Quasius, Magnius. Magnius? Magnius, Blasius und Quasius brauchst du dafür. Aber wir brauchen halt auch immer wieder diese Leiterpaletten. Ja, ja. Die müssen wir dann auf Dauer... Automatisch gewinnen. Wir sollten... Ja, wir sollten vielleicht einfach so bunte Mixschränke basteln. So ein Colorado-Schrank. Aber das sortiert sich dann irgendwann leer. Das habe ich auch bei meinen gelernt. Das bringt's nicht. Weil irgendwann wird von einer Materialie zu wenig verlangt. Und dann füllt die sich immer auf. Und irgendwann ist das alles blockiert mit Titan zum Beispiel oder sowas. Das ist das Problem an diesen Mixschränken. Ja, aber wenn wir sie eh hier in der Base haben, dann ist es ja noch nicht so dramatisch. Ich gehe jetzt erstmal noch ein bisschen Laichangeln. Die Laichforschung muss vorangetrieben werden. Ah, Mann. Ich hänge hier in unseren eigenen Bäumen drin. Das kannst du jetzt mit dem Portal machen. Weiß ich nicht. Ich mache noch ein Kraftwerk, damit wir noch ein bisschen Puffer haben. Ach du heilige Kacke. Wie, was denn? Na, wirst du gleich sehen. Lass dich überraschen. Mach aber deine Taschen leer. Teto-Porter benutzen. Wird gescannt. Standort 27. Boah. Mach deine Taschen leer. Dass du satt bist. Ja, aber haben wir denn grünes Zeug und so? Und vergiss nicht, da oben ist wahrscheinlich keine Atmosphäre. Wie grünes Zeug brauchen wir dafür was? Materialien? Da brauchen wir Quasar-Quarz. Wenn du, je nachdem wo du hin willst. Ach so, ich dachte, das kann man da raus looten. Nee, nee. Oh Gott. Warte, wird gescannt. Wir könnten vielleicht den 2-2er da unten machen. Magnetquarz und drei Pulsaren. Hast du noch Pulsaren? Äh, nee, einen nur. Ich geh nur nach oben. Ich schmeiß alles in den Schrank, was ich hab. Ja, mach mal. Wir müssen erstmal Pulsaren noch einmachen. Ich hab auch einen noch hier. Hier im Schrank. Guck mal, ich hab oben im Schrank, hab ich reingequarzt. Richtig übel. Moment, oben hast du Pulsaren-Quarz. Ja. Mach, ich komm nach oben. Ja, auch andere Quarzer auch. Wo ist der Quarz? Äh, irgendwo hier links beim Titan oder so. Einer von den Unbeschrifteten. All right. Und dann waren es, es waren drei Pulsaren und zwei Magnetquarze. Dann let's go. Ja, warte doch mal. Willst du nicht irgendwie was mitnehmen? Sauerstoff oder trinken? Hab ich. Ist hier noch Wasser hier oben grad zufällig? Ja, eins, das klau ich jetzt mal grad. Ich nehm zwei Wasser mit. Hast du nicht so einen fetten Wassersammler gebaut? Ja, aber das Wasser wird die ganze Zeit zum Mutagen halt gemacht, ne? Ja, und jetzt müssen wir anfangen, Bakterios zu machen und sowas. Moment, andersrum. Wir machen es zu Bakterien, aber noch nicht zu Mutagenen. So rum. Ich bin am Teleporter und warte auf dich. Wir machen es... Warte. Ich muss hier eben... Erstmal das Rezept hier... Ne, warte mal. Welche Rezepte hab ich denn jetzt gerade hier angepinnt? Die müssen alle weg. Äh, das weg. Das weg. Hast du auch noch mal hier drin gegessen und... Hier ist ja gar kein Wasser mehr drin. Wo? Im Wasserschrank unten auch. Hä? Hast du alles leer gemacht für die Generatoren? Hab ich ja gesagt, da wär noch was drin. Und... Der Magnesium-Dings ist ja auch nicht mehr so wirklich magnesisch, hä? Leer halt, ne? Ähm... Der ist ja egal. Wir können ja oben... Also ich hab jetzt Essen, Trinken und... Wasser. Dann trinke ich noch mal einen Schluck aus der Pfütze und esse noch mal oben am Schrank was, damit ich auch voll bin, weil... Kein Bock da oben zu verrecken. Ist Bohnen. Andere Sachen brauche ich für Sachen. Ja, die brauchen wir alle für Sachen, aber die wachsen noch draußen wie Scheiße. Außerdem habe ich übelst viel Superspace-Nahrung. Jetzt trinke ich noch was aus der Froschpfütze. Geil! Sag, wenn ich das Portal öffnen muss, soll nicht, dass es verschwindet. Das ist ja anscheinend ja random, ne? Ja, ja. Ich bin unterwegs. Ich bin da. Dass wir dann einen anderen Preis haben. Ich mach auf. Das Molassenpolter. Und rein! Mullus! Alter! Boah, alter! Gibt's hier Sauerstoff? Okay, hier gibt's schon mal Sauerstoff. Kann man den Frosch da mitnehmen? Der sieht irgendwie fancy aus. Hier gibt's wohl viele fancy Frösche. Ich bin in irgendeiner Raumstation. Ja, das sind ja Raumstationen, die wir geortet haben. Hätten wir Energiezellen mitnehmen müssen, dass man da auch irgendwas hochfährt? Wahrscheinlich, am Ende des Tages. Ist ja alles leer. Ist ja alles leer. War eine Niete. Alles, ähm... Die ganzen Schränke sind geplündert. Vom Alpha-Tier. Alte Plunder-Nickel war hier. Hier hab ich ein bisschen was. Lächerlich wenig Tokens. Captain Plunder-Nickel. Er war der einzige intergalaktische Nickelback-Fan. Dicke Crack. Dick and Crack. Hier sind Leute eingefroren oder so. Äh, diese Station, in der ich bin, ist... Uuuuh. Alter, was ist das denn hier? Ein genetisches Merkmal für irgendwelche Superschwengel-Bäume. Fackeln. Ich hab Penisbäume gefunden. Und, äh, Produktions-Multiplikator-Sicherungen in einer Optimierer einfügen, um die Herstellungszeit bei Maschinen zu verkürzen, die Artikel herstellen. Wie krass ist das denn? Wir können dann richtig hier auf Valucha gehen. Hier sind noch ein paar Quasare. Alles mitnehmen. Oh, hier liegen auch so Random-Kisten rum, seh ich gerade. Was ist da drin? Uh. Alright. Ja gut, Fackeln. Brauchen wir nicht. Noch eine Random-Kiste. Hier liegen auch überall noch Random-Kisten rum. Aber guck mal, die hatten ja hier dann schon geteraformed, weil hier gibt's ja auch Bienen und so. Ist nicht derselbe Planet, nur ein bisschen irgendwie an einer anderen Stelle oder sowas, glaub ich. Alter, Lila-Baum-Samen. Boah, die geben 1200 Prozent. Alter. Das sind aber die Pestalozzi-Samen, die ich da so ernten kann. Völliger Schmutz. Wie kommen wir wieder zurück? Naja, durch unser Portal, ne? Boah, ich hol hier die Terra-Tokens, du. Gibt's hier nicht irgendwo ein bisschen Frosch-leich? Ja, hab ich auch schon gedacht, aber... irgendwie nicht wirklich. Nö, ist bei dir da hinten noch was? Ich bin jetzt hier einmal außenrum geflogen. Ich weiß jetzt nicht, wo du den McGillow-Baum-Samen oder so... Was ist das? Alter, was ist das für Mutantenschmetterlinge? Die sind ja größer als mein Gesicht. Na, die haben sie wahrscheinlich mit irgendwelchen... mega krass genetisch angereicherten Zuckerwasser irgendwie hochgeballert. Ne, da hinten in der Station war ich drin. Die ist leer. Kiste ist leer. Oh, die Kisten hab ich alle gelootet. Da hab ich dann nochmal den super-mega... ...Pfannsamen gefunden. Mit extra... Anreicherung an Pfannstoffen. Pfand. Da hat man mir ja Spaßpartikel reingeblasen. Reißen wir zurück, oder? Ja. Aber so richtig geiles Zeug, äh... Weiß ich nicht. War ja auch erstmal nur der Billow. Vielleicht muss man da wirklich so in die richtig krasse... ...Dimension... Ich frage es jetzt, wenn du das jetzt... Ja, stimmt, du musst das Portal dann schließen. Ja, wir lassen es ja jetzt einfach mal noch offen. Achso, nee, ich wollte gucken, wenn ich es schließe, ob man es dann wieder öffnen kann, weil man schon einmal gepayt hat. Weißt du, was ich meine? Achso. Hm. Ich glaub nicht. Das ist ja dann alles wieder random weg und dann wird das refreshed. Dann kannst du dir wahrscheinlich drei neue aussuchen. Wir müssen auch nochmal zurück in die große Tür, weil da noch irgendwie voll viel Zeug war, mir die Leute geschrieben. So, ey, habt ihr alles übersehen? Ja, wurde mir auch gesagt. Ihr habt... Hört auf, ihr seid nicht... Konzentriert. Und darf nicht spielen, nur gut spielen darf man... Du spielst viel zu sehr auf Spaß. Musst du aufhören, bitte gewöhnt dir Spaß. Sofort ab. Ja, das ist auch dieses typische... Stress dich nicht. Nimm dir auch mal Tag frei, aber... Wo bleibt... Bitte mehr. Ja, ja, ja. Nimm dir mal einen Tag frei, aber mach auch mehr wie da ist. Gönn dir ruhig auch mal einen freien Tag, aber mach bitte mal mehr wie da ist. Du musst auch Pause machen, aber nicht auf unsere Kosten, da hast du mich missverstanden. Ja, ja, eben. Da hast du mich verstanden. Mach mal Pause von Familie ein bisschen. Ich meinte Pause von Familie, die Nerven. Hab meinen Vater einmal im Jahr gesehen, hat aufgereicht. Guckt mal, ich kann noch nicht mal richtig schreiben. So, Leute, die Folge ist rum. Es geht weiter beim nächsten Mal, aber ey, guck mal, guck dir mal die Tierskala an, wie jetzt auch bei Tiere. Wir haben ja hier schon 5 Tonnen Tiermasse auf dem Planeten verteilt, also es geht richtig rund. Wir haben richtig Masse, Alter. Wir spargeln da richtig die Tiermasse raus. Spargeln? Richtig rausgespargelt. Ja, bald gibt es eine Fischfarm, dann gibt es... Oh, Lirmasamen können wir dann machen, endlich. Gemeine Aslaklarven. Und ein Affi-Gaffi-Frosch-Eier. Gaddafi-Frosch? Schöne Gaddafi-Frosch-Eier. Dann gibt es die Frosch-Vitrine, da kannst du dann deine Frösche aufblasen und reinstellen. Ist schon nicht schlecht, ne? Ja, und später gibt es Jato-Paco-Stufe 4, das ist dann so das Ende. Wir haben eh nicht mehr viel, wir sind fast durch mit dem Spiel, dann können wir das Finale anschreiben. Die Extraktionsplattform wird verwendet, um ein Schiff im Orbit wieder beizutreten. Ah, wir haben wir abgeholt. Ah, wir nähern uns. Futterspender für Tiere, Tierheim, wo die Tiere schonend erblinden. Ja, es geht dem Ende langsam zu. Sobald man Tiere blind macht, weiß man, ist man so am Ende. Ja. Wenn jetzt, ich weiß gar nicht, wofür brauchen wir die ganzen Mutagene eigentlich? Für Frosche und Tiere und Splicen und so, da brauchst du für alles Mutagene. Jeder Schmetterling, jeder Frosch. Das heißt im Endeffekt, aber sammeln die Drohnen auch Larven vom Boden auf? Nee. Ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab jetzt, ich hab jetzt oben zum Beispiel ja automatischen. Ja, aber du kannst ja Larven herstellen. Du kannst Larven herstellen später. Wahrscheinlich aus Mutagen und Dünger oder sowas. Achso, weiß ich nicht, weil ich will ja Mutagen Stufe 2. Wenn ich jetzt oben einen Autobilder, ich hab jetzt einen Autobilder oben für Mutagen 1. Ja. Also die Kette geht über Bakterienprobe bis hin zu Mutagen. Ja. Wenn ich jetzt aber Mutagen 2 haben will, brauche ich ja gemeine Larven und Honig. Honig kann ich draußen in den Honigspendern holen lassen. Ja, da musst du wahrscheinlich so lange spielen, bis du gemeine Larven aus irgendwas gewinnen kannst. Weil hier, du kannst später seltene Larven und gemeine. Bei gemeine Larven brauchen wir 22 Tonnen Tier. Also muss ich weiter Frösche und Dings sammeln und reinpumpen. Ja. Es wäre ja irgendwann so eine Tierrakete. Es gibt ja auch irgendwie so eine Tierspermerakete, die du später ins All schießen kannst. Ja. Auch irgendwann. Ah hier, Tiersamenrakete. Die gibt es bei 70 KT Biomasse. Wir sind bei 55. Na gut Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wir werden kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschau. Hüdelü.